Ich kann völlig selbstständig und autonom arbeiten. Ich weiss einfach, was gemacht werden muss und wie ich dahin komme. Das kann ich selber entscheiden. Das Wichtigste ist die Abwechslung. Mir wird es nicht langweilig. Ich mache jeden Tag etwas anderes und lerne jeden Tag immer noch dazu. Es ist bei uns nicht so, dass man dann beliebt ist, wenn man immer nur der Ja-Sager ist, wenn man sagt, man sagt, das geht nicht oder man muss es dementsprechend argumentieren. Herzlich willkommen bei der Perspektix AG. Wir machen alles aus Zürich aus, die ganze Welt. Meine Expertise mit reinbringen und habe die Möglichkeit, Lösungen vorzuschlagen, die dann angenommen werden und die über Jahre im Einsatz sind und einen Benefit generieren. Ich schätze an meinem Team, dass wir unkompliziert und freundschaftlich familiär miteinander umgehen. Jeder weiss, was der andere kann oder nicht kann und wir ergänzen uns. Großfilm im Sinn von tausenden von Angestellten, die nutzen unsere Software, die wir hier präsentieren. Und jeder, der hier arbeitet, wird Teil davon sein. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig. Ich freue mich sehr, dass ich einen kurzen Arbeitsweg habe. Unsere Firma liegt fast im Herzen von Zürich, so wie mein Zuhause. Wir haben eine offene Kommunikation, flache Hierarchien und integrieren die Menschen in unser Unternehmen. Das ist so die Grundlage auch für den Austausch mit meinen Kollegen. Wir können Dinge diskutieren und übernehmen oder nach anderen besseren, noch besseren Lösungen suchen und jeden mit seinen Fähigkeiten dann mit einbinden. Wir suchen Menschen, die Teamfähigkeit schätzen, eine offene Kommunikation und verantwortungslos sein. Wenn du gerne ausserhalb der Box denkst und es magst, immer wieder herausgefordert zu sein, dann bist du bei uns Goldrichtige.